Ich renne hier im Großen und Ganzen ja nur im Kreis und kille ein bisschen rum. Ein Schild, Iron Schild. Oh, ich bin die ganze Zeit abgeschossen. So. Ich könnte immer wieder ein bisschen questen gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie nimmt man die Shift und Click on Item, okay. Gucken, wo ist der Boss? Da hinten, okay. Ich kann immer jetzt hier gucken, wenn da so weiter weg so ein roter Punkt ist, dann ist es dann meistens der Questpunkt. Ich habe irgendwie Angst, dass hier jetzt schon stärkere Gegner kommen. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil ich dann jederzeit sterben könnte. Oh, stirbt doch einfach. So, stirb, 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 stirb. Okay, zack. Oh, wie viel die einfach mal aushalten. Ist ja echt unschön und dann noch so wenig Erfahrungspunkte bringen. weil ich hab glaube ich mal wieder einen Trank nehmen und so schnell kann es gehen wenn man mal nicht auf seine Lebensanzeige achtet und zack ist es aus mit einem ich renne jetzt einfach mal ein bisschen weiter jetzt hab ich der König oder ist der das schon? nein ist er, na doch bisschen einfach wegrennen und draufballern so ich würde gerne gucken was der gedroppt hat irgendwie so ein Teil was ich nicht benutzen kann sehr gut oh ich bin Level 7 supi ist es ja gar nicht mehr so viel habe ich meinen Rekord getoppt was ist dieser Schleimpropfen da hier sind in der Umgebung auch relativ wenig Gegner das finde ich gut da muss ich nur gegen, oh nö wenn man davon spricht dann kommen auch wieder ganz viele super bei denen würde ich wohl gern noch töten na das wird wohl nix mehr bei der Gegnermenge aber es gibt so einen der mir hilft da gerade den habe ich gesehen ich glaube es gibt da geht aber nur bis 20 oder so ich war noch nie so hoch ich kann da nicht so wirklich mitsprechen so mal ein bisschen weiter weg bleiben hier zack stirb 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 ich könnte ja mal Mana Trank nehmen stirb, stirb, stirb okay ich denke so lange lebt der auch nicht mehr ich schieße da ja die ganze Zeit drauf für den muss es auch mal irgendwann zu Ende sein oder sicher ist sicher noch mal so einen Trank nehmen es leckt doch gerade ein bisschen also jetzt nicht vom Spiel her sondern so die Gegner lenken weil mein Internet so scheiße ist oh ne der wird's noch den kriege ich schätze ich noch yeah quest completed ich würde zwar noch gern gucken was der dabei hat aber das dauert noch ein bisschen was hat der nur einen Mana Trank nix wertvolles oh und diesen Drachen den hatte ich schon öfter da stehen aber den habe ich noch nie kaputt gekriegt glaube ich wahrscheinlich sagen jetzt falls das überhaupt jemand guckt voll viele von euch dass der voll einfach ist und so aber ich bin halt nicht gut in dem Spiel wie schon gesagt ich bin schon froh dass ich jetzt hier beim zeigen schon bis Level 7 gekommen bin muss einfach schnell wegrennen Horned Dragon ist der hier schon wenn wir hier hinten ein paar von diesen komischen Billigteilen hier kaputt machen wieder so ein König schade dass der jetzt nicht unser quest Ziel ist der ist nämlich einfacher so den habe ich jetzt auch kaputt okay und da möchte ich mal gucken was ist da drin wieder so ein Teil ich weiß gar nicht was das bringt aber es ist glaube ich rot und ich kann es nicht benutzen genau Leben Trank nämlich mit und noch ein Leben Trank nämlich auch mit so und ich habe irgendwie das Gefühl dass dieser rote Punkt der Drache ist und es ist er auch ja 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 komm her stirb doch einfach weil der ist alleine der glaube ich der hat nicht so untertan der die jetzt helfen können deswegen renne ich jetzt einfach mal ein bisschen so Slalom weg und hoffe dass ich überlebe ich hab ihn yeah ich bin so gut lassen nämlich noch mit nochmal so einen Leben Trank einen Rad Trank kann ich auch noch einschmeißen und gleich bin ich auch Level 8 wuhu das wird super toll und ich muss noch so einen Scheiß Drachen oh ne jetzt habe ich diesen Hasen bösartig gemacht aber jetzt geht's wieder so 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 ob ich es noch bis Level 10 schaffe das wäre echt cool war ich nämlich noch nie oder war ich mal Level 9 weiß ich gar nicht meine 8 wäre das Maximum gewesen ich habe es auch schon länger nicht gespielt ein paar Monate oder so die immer hier an der gleichen Stelle oder was aber diese komischen Kreise die kann ich auch so gar nicht ausstehen dann kümmere ich mich erstmal darum dass ich hier am Leben bleibe und hier ist auch schon der Drache so ein Scheiß stirbt doch mein Leben ist auch schon bald halb leer schnell mal im oh ne da ist noch so ein Drache das gibt es doch gar nicht vielleicht ist der auf Level 20 kein Problem mehr aber für mich ist der jetzt noch wohl ein großes Problem so lebt er noch? ja so jetzt lebt er nicht mehr und ich bin Level 8 wuhu verdammt das wäre so eine schöne Rüstung gewesen mit 10 Verteidigung mehr weil ich habe scheinbar auch nur 3 Verteidigung plus 3 das ist echt nicht viel aber was soll's kommt wohl noch falls ich am Leben bleibe aber auch wirklich nur falls der ist auch schon tot sehr gut Lebenstrang nehme ich mit kann ich nicht nehmen aber das kann ich mitnehmen das nehme ich mit hier drin noch ein Lebenstrang nehme ich auch mit immer noch keine neue Attacke gefunden das finde ich echt total schade ich weiß gar nicht vielleicht mache ich auch gar keine zweite Staffel mehr das kommt natürlich immer darauf an wie das so ankommt kann ja auch sein dass ihr Scheiße findet und trank war jetzt schon wieder knapp aber ich habe es ja noch gerade so geschafft das soll den König jetzt ausrotten ja es wird noch was 8,5 habe ich jetzt schon fast geschafft ich nehme jetzt gerade vielleicht 20 Minuten oder so auf kann auch sein dass ich mich verschätze aber ich denke 2 3 Parts länger als 15 Minuten kann ich ja noch nicht aufnehmen ich würde auch wohl gerne mal wieder in so einen Cave reingehen oder was das ist die finde ich auch also für ein Free2Play ist das echt zu empfehlen ihr könnt es ja mal gerne anspielen und sagen bis wohin ihr es geschafft habt habt einfach mal eine Kommentare schreiben wie weit ihr gekommen seid ja ok das wird vielleicht noch was vielleicht schaffe ich es noch das hier zu überleben zack es stirbt ok jetzt habe ich glaube ich gleich erstmal ein bisschen Ruhe hier Spider Venom was ist das dann achso bei dem tragen wir mich trotzdem mit so ok ok komm Level 9 will ich noch schaffen oh so ein komisches Viecher habe ich auch noch nie gesehen was ich jetzt für ein Quest erledigen muss renne ich jetzt einfach mal geradewegs hin was vielleicht auch nicht so klug war weil ich nur noch mehr Gegner auf mich hetze aber was soll es einfach jetzt nur so vorsichtig zu kämpfen macht auch keinen Spaß ich lebe noch cool ich glaube mein Internet ein bisschen gespackt und ich dachte ich schaffe das nicht ich nehme mal so einen Trank noch kann ich wieder ein bisschen Spezialattacken machen Level Up Level 9 sehr schön nochmal wird schon echt hibbelig hier oh wie viele hier jetzt auch schon ziehen aha komische Fliegen gibt es hier noch und diese Teile hier ok Leben sieht ja noch ganz gut aus aber diese Fliegen die nerven auch total ja HP sieht noch in Ordnung aus würde ich mal so schätzen wird aber immer weniger wie man schon unschwer erkennen kann lieber mal noch einen Trank nehmen und dies Teil auch noch gut Tränke habe ich jetzt nicht mehr das heißt wenn ich jetzt zu stark getroffen werde ist es vorbei ja so so so